Tag auch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ich bin Player 1 und das ist die Lara. Und wir gucken jetzt mal, dass wir hier weiter auf den Turm raufkommen. Da wollen wir nämlich ein Funksignal absenden, immer noch. Wir wollen ja nur gerettet werden. Na, ist es denn? Das zündst du mal direkt an. Geht nicht. Das ist doch nicht eins von den Dingern, die man anzünden kann. Ich sprang gerade das an. Aber da haben wir was zum Untersuchen. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Keine Ahnung, war ich nicht bei. Komm, da findet man dann noch was. Nö. Gut. Von hier haben die auf mich geschossen. Heißt hier lang weiter, wäre doof. Da haben wir noch ein bisschen Zeug. Hallo? Steht auf der Kiste drauf. Macht Sinn. So. Geht's denn hier unten irgendwo weiter? Ich glaube ja nicht. Hier drin war auch nix. Hier kommen wir noch nicht durch. Komme ich da hoch? Ne. Vielleicht gehen wir einfach mal die Treppe hoch. Wir Vollidioten. Dann haben wir auch ein Lager. Eigentlich müsste ich dir jetzt was erzählen. Ich glaube, ich drücke da immer zu oft drauf. Oder halt die Tasten zu lange drückt. Ich will das nicht. Egal. Ich habe keine Fähigkeiten, Punkte. Aber Ausrüstung müsste ich. Sehe ich hier irgendwo, ob ich Ausrüstung... Finden Sie einen weiteren Teil. Finden Sie einen weiteren Teil. Drei weitere Teile. Der ist schon komplett ausgerüstet. Okay. Dann haben wir halt nichts. Dann brauchen wir noch einen Teil vom Bogen. Nein. Ich wollte Feuer anmachen. Verdammter Hacker. Bei diesem Spiel kann man seine Fackel nicht am Feuer anzünden, sondern nur am Feuer. Es gibt zwei Arten von Feuer. Einmal brennendes und einmal nicht brennendes. Oder so. So. Wo geht es denn hier lang? Ah. Da kann man auch hochklettern. Oh, Musik. Los geht's. Mhm. Geil. Ja, Lara. Hm. Vermaledalte Fischers. Noch so einer. Ja, wir können noch weiterklettern. Und da oben müssen wir springen. Das gibt jetzt aber doch schon so ein bisschen so... Komm, weiter. Weiter. Alter. Da kriegt man doch so ein mohniges Gefühl im Bauch. So, können wir jetzt von da aus wenig funken? Ich hoffe. Vor allem hoffe ich, dass es nicht übersteuert alles hier. Alex? Lara? Okay, Empfang ist schon mal da. Okay. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wie können. Danke. Danke. Ihre Lage, geben Sie Ihre Koordinaten an und warten Sie auf Antwort. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon. Komm schon! Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Uhuhu! Hey, hat Ray S. gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Oh, da runter. Cool. Schrei um Hilfe. Entfachen Sie ein Signalfeuer. Machen wir. In der nächsten Folge. Bis dahin. Ich bin der Player 1. Das ist die Lara. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ciao, euer Player 1. Man sieht sich. Ciao, euer Player 1. 163-Day. Ich bin der